Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge The Buzz hier auf meinem Kanal. Ich hatte es ja schon mal angekündigt und zwar schauen wir uns heute die Linienerweiterung der 200 an. Oder was ist Erweiterung? Auf jeden Fall die aktuelle Version. Und ja, da gehen wir mal zu unserem Bus. Ich habe immer noch diesen Bug, dass mein Charakter irgendwie automatisch rückwärts läuft. Das ist sehr blöd. Ja, vielleicht soll ich das Spiel mal neu installieren. Das wäre vielleicht... Ach, ich komme nicht mehr in den Bus rein. Jetzt vielleicht... Ah, so. Genau. Zusätzlich zu der Linienaktualisierung habe ich auch hier so einen schönen Mod. Das heißt, wir haben jetzt den Mercedes-Stern innen und außen. Und ich hatte euch ja letztes Mal versprochen, dass wir uns nochmal beim Incentrum die Gelenkvariante anschauen. Und genau das machen wir heute. Wir stehen hier an der Herzallee und fahren jetzt einmal mit der neuen Variante praktisch zur Michelangelo-Straße. Na, hier Alexanderplatz via Potsdam, das macht die Martins mal wieder 1a. Ich bin begeistert. Heizungsdinger ist genau dasselbe wie OMS. Hier habe ich keine Ahnung von... Da kriege ich einfach irgendwas an. So. Jetzt haben wir... Oh, wir haben schon eine Minute für spät. Ach, stimmt. Das war... Das war ja das... E-Zitaro-Phänomen. Das mit der Tür. So. Dann geht's mal los hier. Ja, also... Was gibt's Neues? Also einmal natürlich jetzt... Die neue Linienaktualisierung vom Verlauf her. Wenn wir an der passenden Stelle sind, werde ich das natürlich auch nochmal genauer ansprechen. Beziehungsweise dann auch mal im... Ja, Cuttings-Menü zeigen, wie der alte Verlauf war. Wie es jetzt ist. Nur das ist... Ziemlich blöd. Ah, hat sogar noch gepasst. Dann ist ja gut. Ähm, genau. Die E-Zitaro-Gelenk fahren in Berlin so nicht. Äh, da fahren nur die normalen Solos. Ähm, den, was wir uns letztes Mal in der Basse angeschaut haben. Ähm, aber... Ich hab gesehen, in Berlin fährt jetzt auch E-Bus groß. Ähm, ja. Nicht in der Basse natürlich. Also, vielleicht kommt das ja irgendwann noch dazu. Aber, ähm, ja. Im echten Berlin. Ähm, ja. Fern, ähm, auch jetzt E-Bus-Co. Ähm, ja, ich weiß nicht, was Beliebende für eine Taktik fährt. Also irgendwie alle Hersteller einmal durchprobieren, welches der Beste ist. Irgendwie so muss die Taktik sein. Alles gibt es keinen Sinn. Was haben sie jetzt schon alles Solaris? Haben sie gehabt. Dann haben sie Mercedes. Jetzt haben sie E-Bus-Co. Jetzt fehlt nur noch einmal ein. Und hier drängen wir uns mal ganz schön an der Schlange vorbei. Das ist doch super. Das ärgert bestimmt auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Da sind doch alle zufrieden. Joa. Genau. Ansonsten würde ich mich immer noch über Cain-Linien bald in der Basse freuen. Ja, wir können vielleicht mal ein bisschen Licht anmachen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Na, jetzt heißt es doch klar. So, jetzt. Genau hier auf unsere eigene Busspur. Ist gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist heute in Berlin ein bisschen neblig. Busampel, funktionierst du? Irgendwie nicht. Aber wir haben die Minute verspätet. Ah doch, es funktioniert. Ja, passt. Ich dachte kurz, das oberste ist vielleicht die Anforderung. Also war es wahrscheinlich auch, aber hat eben nichts angezeigt. Deswegen war ich kurz in Gedanken, dass es nicht funktioniert. In der Basse sind schon geplant, sind jetzt ja die Linie 245 und der VDL. Ja, gut, ist halt VDL, ne? Also, weiß jetzt nicht so. Ja, ich muss mit der Steuerung hier noch ein bisschen zurechtkommen, weil... Ja, ich habe mir aufgepasst. Irgendwie beim eCitaro ist es so, bei mir zumindest, dass ich das nicht auf meinen Standard, die erste Tür, nicht auf meinen Standard-Tasten-Belegungen legen kann. Das ist ein bisschen blöd, zeige ich mal, weil es ist halt blöd. Weil jetzt muss ich das halt hier immer mit der Maus aufmachen und das ist halt blöd. Ich weiß, es wiederholt mich nicht. Ah, haha, er lässt uns. Ja, ähm, genau. Letztes hat ja diesen Post gemacht da auf YouTube. Wo ich ja schon mal an dem Tag was rausgekommen ist, wie ich jetzt 200 gefahren bin, in der aktuellen Version. Das, ähm, da bin ich halt um eine Uhrzeit gefahren, wo es diese Live-Events gab. So, jetzt ist aber leider heute nicht so ein Tag, zumindest jetzt aktuell die Uhrzeit nicht, wo diese Live-Events geschaltet sind. Und, äh, deswegen, ja, gibt es halt heute keine Live-Events, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal an einem Freitagabend zwischen 18 und 20 Uhr Live-Events, äh, wenn Live-Events sind, Video aufzunehmen. Das, äh, ja, wäre wahrscheinlich ganz schön. Muss ich ja mal schauen. Und, ähm, genau. Ich, irgendwie, es ist was ganz anderes jetzt, den Bus zu fahren, weil ich hab mich irgendwie, seit es diese Live-Events gibt, dran gewohnt, den Radiosender dazu anzumachen. Jetzt kann ich ja aber, während ich hier so ein Video aufzeichne, kann ich ja nicht einfach so ein Radio im Hintergrund laufen lassen, das geht ja copyright-technisch nicht. Aber es ist irgendwie ganz anders, es ist so ruhig. Also, hm, naja. Die, die Runde 200 werde ich auch ohne Radio überleben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ähm, generell, ich glaube, ich sollte das Spiel mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe, neu installieren, einerseits wegen dem Bug mit der ersten Tür, hier im E-Zitaro, und dass mein Charakter irgendwie rückwärts läuft. Das ist ganz komisch, wenn ich den E-Zitaro auswählen, läuft der rückwärts, wenn ich den Skarnia auswählen, läuft der standardmäßig vorwärts. Also, ich weiß nicht, wo der genau, da der Fehler liegt, die Einstellungen sind alles die gleichen. Ist wahrscheinlich irgendwie so ein Bug, der sich halt mit der Zeit mal so eingeschlichen hat. Vielleicht schaffe ich es ja mal die Woche, um die Mods zu installieren. Ich meine, es ist ja natürlich auch was anderes, als wenn man jetzt zum Beispiel OMSI neu installiert, weil im Gegensatz zu OMSI hat man in der Buzz halt nicht viele Mods. Zum Beispiel, was müsste ich neu installieren? Naja, hier, der Sterne-Mod wäre wahrscheinlich das Wichtigste von allen. Hätte ich halt noch ein paar Re-Pants habe mir runtergeladen, ja, würde ich dir da neu installieren, aber das ist jetzt nichts, wodurch mir jetzt der Content geklaut wird oder so. Also, jetzt im Gegensatz zu OMSI, wo du dann nur mit deinem Spandau-Bild da stehst, also, ne? Es hat schon was anderes, weil, ich weiß jetzt nicht, wer von euch noch so regelmäßig Berlin-Spandau fährt. Also, gelegentlich ist es mal schön, aber das ist definitiv nicht die Karte, auf der ich die meisten Zeitung OMSI verbringt. Das ist sie ganz bestimmt nicht. Auch wenn es natürlich sehr schön ist, ungemordetes OMSI, also Standarddings. Ach stimmt, was hat... Oh, ha, ha. Oh, heute ist ja der 18. Februar. Ah, ich glaube, heute hat nicht heute OMSI 1 Geburtstag, sind es nicht heute zwölf Jahre? Doch, zwölf Jahre mussten es sein, 2011 war es. Genau, ja. Oh, ich weiß noch, so, vor einem Jahr um die Zeit, da habe ich auch so ein Video gesehen, wo OMSI auch so Geburtstag hat. Zu dem Zeitpunkt hatte ich Corona vor einem Jahr. Nur so als, äh, uninteressanter Fakt, nebenbei. Ist mir neulich mal wieder so eingefallen, war so Mitte, Ende Februar. So, dann... Ja, Pünktlichkeit geht, definitiv. Hi. Hallo. Hi. Weiter geht's. Na, der lässt uns, das ist gut. Bis jetzt fahren wir noch auf, äh, Linienvarianten, die es schon immer gab, also, die schon, äh, damals auch, also so in der ersten Zeit, wo die 200 halt rausgekommen ist, so war. Ja, ich glaube, die fährt ja so immer noch. Auch wenn ich glaube, also mein letzter Informationsstand ist, dass auf der 200 irgendwie planmäßig viele E-Solaris-Gelenkfahrzeuge fahren. Wie aktuell das jetzt noch ist, weiß ich nicht. Ich habe schon länger nicht mehr nachgeguckt. Kann man ja bei Berliner Linienkronik, ist jetzt keine Werbung oder so, aber da habe ich das zumindest her. Ja, da gab es oder gibt es, glaube ich, immer noch diese Übersicht mit diesen, äh, welches Fahrzeug, also welche Fahrzeuge, auf welchen Linien, ob es die halt schon ist, ist es da vorne, äh, auf welchen Linien halt bevorzugt fahren. Also, ja, ja, da habe ich mir, da habe ich mir mit die, äh, der Basslinien rausgeschieden, welche Fahrzeuge da ideal sind. Der TX-11 war, glaube ich, mit dem Scan ja ziemlich gut bedient. Genau, ah, genau, ah, genau, wir haben jetzt ja hier, haben wir hier das noch da und deswegen benutzen wir jetzt, in Scania ist es ja so, dass du, wenn du den rechten Blinker setzt, dann hast du hier die Kamera nach, äh, rechts. Und hier ist es halt so, dass du also die Kamera rechts hast, also, was ja auch ein bisschen mehr Sinn ergibt. Aber gut, der E-Zitaro ist natürlich auch ein bisschen neuerer und ein bisschen weiter in der Modernisierung, in der, ja, Modernisierung, äh, als das Garnia. Und, äh, der E-Zitaro ist halt elektrisch im Einsatz im Scania, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so der große Unterschied. Na, also, das ist auch so ein Ding, nicht? Das muss ich jedes Mal in der Bass anmerken. Die K.I. bremst wie keine Ahnung was. Na, Fahrhalt jetzt auch hin. Na, ich sehe es doch, glaublich. Das ist das Müllauto zweimal gerammt. Das ist so, ein Ding, das hasse ich in der Bass. Das hat man auch, sie zum Beispiel nicht. In Omset hat man aber andere Probleme mit der K.I. Da bremst also hier in der Bass, ein Problem, wo man einst, abzubremsen die K.I. und Problem mit Omset ist die K.I. an sich. Moin. Ich brauche einen Fahrschein. Bitte mit Quittung. Ich hab das Gefühl, die Stimmen waren gerade ein bisschen anders. Kann es sein? Ich hab jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, ähm, mir das nochmal anzuhören. Also jetzt gerade. Aber ich kann es mir später nochmal tun, wenn das Video fällig ist. Oder ihr könnt es ja auch sagen. Aber ich bin der Meinung, jetzt so oft den ersten Zuhörer, an dem wir bleiben mal, wir bleiben auf der rechten Spur, dass sich die Stimmen anders angehört haben. Das ist mit dem, ich brauch eine Fahrkarte und bitte mit Quittung. Das ist, glaub ich, war anders. So, jetzt ist natürlich das unschöne Phänomen, das auf der rechten Spur mehr Autos warten. Das erfreut mich jetzt natürlich, behaupten nicht. Schon, wenn wir so schützen, und dran vorbeifahren können. Sehr gut, die warten alle, das gefällt mir. Genauso soll es sein. Wir gehen hier auf unsere Busspur, ganz wichtig. Die uns natürlich wieder zugestellt wird. Achso, ne, ah ne, da hab ich mich nur verguckt. Alles gut, alles gut. Oh, wir sind drei Minuten zu früh. So, wir haben mal das jetzt geschafft. Oh, ne. Ich will nicht so früh sein. Das ist auch, was mir jedes Mal so auffällt, auch wenn ich so privat mal Bus fahre. Wenn man zu früh ist, also auch in der Realität, ich glaub, für einen Busfahrer ist es schlimmer, zu früh zu sein, als zu spät. Weil beim zu früh sein musst du ständig warten. Bei mir gibt's auch so eine Liebte, ich weiß echt nicht, was ich die Stadt dabei denke, mit den Fahrzeiten. Also das ist wirklich echt traurig. Da bist du irgendwie, da bist du am Sonntag, das ist das beste Beispiel, Sonntags bist du, egal um welche Uhrzeit, bist du immer für zu früh. Und das ist seit, seit eineinhalb Jahren hat sich da an dem Fahrplan ein bisschen geändert. Wir warten für ein bisschen, wir warten jetzt nicht die ganze Zeit ab, aber ein bisschen warten wir noch. Ja, das kann ja ein bisschen weitererzählen. Und da bist du, echt, das ist unfassbar. Da bist du ständig zu früh, das ist so, aber die meisten Fahrer warten halt auch nicht, was ich ja auch ein Stück weit verstehen kann, weil ich hätte es auch nicht so, mit Lust, nach zweihaltestellen wieder eine Minute zu warten. Und ja, die Linie ist echt. Naja, was soll man machen? Aber, weißt du, und dann unter der Woche, es gibt Fahrten, da bist du, unter der Woche bist du, wenn Schule ist, bist du zwei Minuten zu früh. Und es gibt Fahrten, die nächste Fahrt, da bist du zwölf Minuten zu spät. Also, ne, die, die Linie ist so, ich weiß gar nicht, wie soll ich das sagen, so zufällig verspätet oder verfrüht. Gut, also am Wochenende. Am Wochenende ist es klar absehbar, dass du fünf Minuten zu früh bist. Und, ähm, ja, wenn man da halt eben nicht fünf Minuten vorher an der Haltestelle steht, dann, ja, ist in 90 Prozent der Fällen der Bus dann auch weg. Das ist einfach so. Und es ist vor allem Sonntagsschlipp. Und deswegen gibt's auch manche Fahrer, dass die eben sowas nicht haben, fanden einfach mit der acht Minuten verspätung an der Startheilstelle los. Nur, dass sie nach fünf Heilenstellen schon wieder eine Minute zu früh sind. Das ist so, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, so schlecht geplant, wirklich. Und dann gibt's andere Linien, da bist du irgendwie 30 Minuten zu spät, äh, nur weil es umlauftechnisch nicht anders geht, dass du mehr Pause bekommst. Also, ja, es, es ist, es ist schwierig. Ich kann natürlich jetzt auch nicht die, ähm, die, die originalen Liniennummern sagen. das wäre dann bis zu viel verraten. Keiner einsteigen, tun wir gut, sondern weiter. So was fördert natürlich halt auch die Verfrühen, das muss man einfach so drastisch sagen. So, danke fürs Warten. Das ist eigentlich nicht nötig, weil ich eher eine Minute zu früh bin. Und Berlin zu früh, das ist nicht so schwer. Das ist immer ein bisschen der Verkehr. das ist auch so ein Ding. Ich finde, in den Baskel ist zu wenig Verkehr. Das ist für viele vielleicht so komisch an. Aber ich bin der Meinung, dass es in Berlin definitiv mehr Verkehr gibt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und was mir gerade so auffällt, Radfahrer wäre mal was Schönes in den Basen. Das würde ich auch mal gut finden, so Radfahrer. Das wäre doch mal was. Könnte man ja mal vorschlagen. So, genau. Und ab jetzt verlassen wir die damalige Linie und sind im neuen Bereich. Ja, das ist der neue Bereich. Ach stimmt. Ich wollte euch ja ich wollte euch Moment. So. Ich wollte euch das ja auch mal auf Karte zeigen. Also, wir kommen daher und früher ist man ab der Leipziger Straße Wilhelmstraße ist man praktisch hier hochgefahren. Dann hier und dann hier und dann da hier unter den Linden da. So fährt ja die 300 jetzt. Da bist du da weitergefahren. Da, genau. Und da bei der Spandau Straße kommt man dann wieder zu der jetzigen Linie. Und jetzt fahren wir praktisch hier unten lang. Das heißt dieser Abschnitt von dieser Kreuzung bis hier ist neu weil rotes Rathaus hier fährt dann ja die 300 lang. Ja, so so viel zur Erklärung. Und rote Ampeln gibt es in dem Bereich natürlich auch. So, jetzt steht bei uns Xander Platz. jetzt. Weiter geht's. Es braucht noch so ein Bild. Wir müssen mal schauen, wo steigt hier. Ich würde eigentlich hier den Bereich was machen. aber ich will jetzt auch nicht aussteigen, weil am Ende, ne, bis jetzt. Ich laufe hier standmäßig rückwärts hier. Und am Ende schaff ich den Bus nicht mal. Das wäre natürlich jetzt gefallen mit Lichtfelden ist es ja. Ich glaube, es gibt noch ein paar bessere Möglichkeiten. Ich finde es so cool, dass die Pedale einfach bewegen. Das hat man, ich weiß, einer hat mal unter, ich glaube, in so einem Vorstellungsvideo von der Bass hat, der sich nicht von mir, hat irgendeiner mal drunter geschrieben. Schön, dass sich die Pedale bewegen. Das, das, das fand ich wirklich gut. Also, das kann ich so unterstützen, äh, unterschreiben heißt das nicht. Ja, ich könnte es mal Sprache verleert. So, wir können weiterfahren. Ups, äh, das war schlecht. Das war der Bordstein. Ja, passiert. Ah, ja, hier geht's, der Busspur. Das ist sehr gut. Die wird natürlich genutzt. Oh, die ist ja richtig breit. Also, da hatten sie schon mal viel Geld. Oh nein, bis in vier Minuten zu früh. Aha. Warum denn? So, ähm, so. Ähm. Ah ja, hier, hier kann man gutes Bild machen. Moment. So, das Navi wird mal kurz ausgeblendet. So. Gut, ich denke, das müsste passen. Schau ich mir mal das einmal fix an. Moment. Ja, das kann man, denke ich, nehmen. Ja, jetzt mal zu früh, ne? So, wir können ja mal hier in den Innenraum schon, weil nochmal die durchlaufen, nicht. Nach wobei, wir machen es jetzt gar nicht. So. Ähm. Wir laufen jetzt mal so hoch durch. So. So, ich denke, das sieht ja auch ein bisschen was, weil anders kann ich nicht laufen. Also, ich glaube, hier standen mäßig rückwärts. So. So. Wenn man so als Fall kann ich hier die Tür aufmachen. Ja. Tatsächlich. Das ist cool. Muss ich auch wieder zumachen. Okay, hier haben wir schon mal so eine Schweckschiebetür. Hier haben wir auch. Na, wo war das gerade? Und die zweite auch. Dann ist nur die erste so eine Innenschwecktür. So. Sind wir wieder drin, haben wir es geschafft. Äh. Ja, ich denke, wir können losfahren. Oh, schön am ganzen Verkehr vorbei. Das gefällt mir. Wir brauchen die auch nicht so schnell zu fahren, ne? Wir haben ja mehr Zeit. Wir haben mehr Zeit. So, hier sind die 1.1. Ja, wir haben trotzdem Zeit. Wir fahren ja sonst keine Busse hier auf der KI-Spur. Äh, auf der KI-Spur. Auf der Bussspur, weil KI-Fahrzeuge, KI, also KI-Busse gibt es ja nicht. Noch nicht zumindest. Oh, jetzt ist grün. Jetzt können wir hier mal ein bisschen schneller fahren. Können wir auch mal hier mit 28 über die Ampel fahren. So, ganz entspannt. Ah, das ist ja. Die Busspur ist hier. Okay. Das habe ich spät gemerkt. So. Oh, stimmt. Da fällt mir ein, über was ich heute noch lieben wollte. Aha. Aha. Ich weiß, also viele von euch mal unterschätzt. Was hat da gerade Köln-Leiter gemacht? Wieso bewegt sich der so komisch? Ich meine, ihr könnt ja mal ein paar Sekunden zurückspulen. Da könnt ihr ja sehen, was der Müll einmal gemacht hat. Der ist irgendwie halt geboren. Boah, schon runtergefallen. Aha, aha. Was machst du jetzt? Ich glaube, ich habe mal Oster-Eck gefunden. Oh, das ist ein Back. Ha, der Back das so rum. Oder das ist Absicht. Das kann natürlich auch sein. Wäre jetzt natürlich, wäre es interessant zu wissen, was das jetzt war. Aber ich wollte über das ganz anderes reden. Und zwar, einige von euch werden es schon mitbekommen haben. Für Trails in World 3 kommt ja jetzt die linke Reinstrecke. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so seit ich mich so ein bisschen für Züge interessiere, war es eigentlich schon immer so mein Wunsch, dass ich mal so die linke Reinstrecke mal in einem Simulator fahren kann. Und jetzt freue ich mich extrem, dass es jetzt klappt. Dass es jetzt in einigen Wochen, Monaten, wer weiß, erscheint. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, das ist so mein Hauptinteresse natürlich bei den Russen. Aber so ein bisschen an dem Flugfahren in World 3, das mache ich dann doch ganz gerne. Und ja, was ich so auch noch als zweiten Favorit an deutschen Strecken hätte, wäre tatsächlich Westerland auf Sül bis nach Nibül und dann weiter nach Dagebül mit einer 628. Das fände ich absolut richtig cool. So, ja, hier verlassen wir jetzt nämlich wieder unseren neuen Bereich und kehren auf den alten Bereich zurück mit Verlassen dieser Kreuzung. Wollte ich nur mal so anmerken. Aber so, also das könnte ich mir zum Beispiel auch noch richtig gut vorstellen. Also das mit Mainz-Kobelitz finde ich absolut Hammer. Und ja, mein Wunsch wäre jetzt halt noch Westerland-Nibül und weiter nach Dagebül mit einer 628 und mit einer 218 und Auto zu fahren. Das fände ich noch cool. Wenn das irgendwann mal erscheint, dann bin ich wunschlos glücklich. Also ganz ehrlich, das ist... Aber Mainz-Kobelitz ist schon mal... Das ist echt... Da freut man sich wirklich drauf. Ich hoffe mal, das wird richtig gut. Ich meine, dann kann man ja... Es spielt ja in vergangenen Zeiten, aber man kann ja eigene Szenarien entwickeln. Und dann... Ja, ICI 1, ICI 1... Das ganze Zeug kann man ja drauf einsetzen. Also... Da hat man ja genügend Möglichkeiten. Also... Da werde ich definitiv auch mal Szenarien entbauen. Das werde ich ganz bestimmt. Ups, oder? Na? Häng ich irgendwo? Na? Häng ich irgendwo? Na? Komm! 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 W&D so das war jetzt zweitmal ganz schön hier höchst Geschwindigkeit zu fahren aber wir sind zwei Minuten zu früh und deswegen sollten wir das vielleicht nicht mehr machen da hat der Stärktaus bewegt sich sogar hier also bewegt sich also fließt halt Wasser gut drinnen das ist sehr nett das ist sehr nett und dann fahren wir jetzt rechts und jetzt kommen wir wirklich wieder auf den alten Linienverlaufsweg also zu so wie es schon damals auch gefahren ist wir sind drei Minuten zu früh ach man es ist immer nicht so oft zu früh hier so jetzt na das wird vorhin schon mit ab bremst bei KT Autos Dank ist es zu warten irgendwie geht hier die Performance gerade bis in den Keller habe ich das Gefühl ich weiß aber nicht woran es liegen könnte bei KI muss sagen wäre da es ist steigen weiter ab 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 Baustelle hoch gleich im Bett oder was die Leiche mit sein der Gart 7 da ne das sieht eher nach das ist das da der zwei Prozent bedeutet vielleicht wieder zu Gar ich denke es ist ja sowas kam es geschenk ja und so das zu das gefällt es ist aber nicht aufgefallen da seit wann steht es es kann es ist es schön ja gut mit der Ampel grünen würde das auch ganz schön das haben wir vorhin schon grünen bitte jetzt auch gleich geht's halt noch direkt ein paar Jahre so und jetzt gibt es wieder zurück rechts es ist die aber die Storz entlang ist das habe ich irgendwas verpasst hier war doch vorher der alexander Platzhaltsstelle die war doch hier ich bin hier verpasst seit wann ist denn das so oder ist es so ein Live Event und ihr habt gar nicht mitbekommen dass der Radiosender um 16.39 live ich weiß es nicht aber das gefällt mir mit der Baustelle vor allem das sieht so nach viel Stau aus das ist doch eigentlich gut für Realismus und so in Berlin vor allem ist es glaube ich gut dass wir dadurch unsere Verfrühung bis hin ja abwarten durchstarten Stauschen da hat es Armei meine Busbrüste rechts also gut vermittelt die ganze Straße hat fand trotzdem ist es trotzdem zwei Minuten zu früh sie wirklich viel gebracht ist eigentlich Baustelle aber ich weiß nicht mehr schön abwechslung vielleicht gibt es ja auch an anderen Stellen bis zum Beispiel nur noch eine Minute zu früh hat also doch was gebracht sehr gut auf unsere Busspur und na ja wir sind pünktlich da hat der Stau also doch ganz schön viel gebracht von minus zwei auf Plus Null schon gut soll ich schon nicht schlecht also gefällt mir nur ich hab das Gefühl ja es wird bald wieder weniger links aber wie viele Spuren habe ich jetzt überquert die Straße ist ja nicht der Horror vor allem wenn es da mal viel Stau gibt wie soll man das so schaffen nach der Fälle aber ganz schön sportlich die Kurve der Kipfers die 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 ja als wort wenn man einsteigt Prozent 7 eine Minute wieder zu früh 8 8 Vorhaben schon wieder Baustelle davon richtig Sachsen Schülter Fahrt schreibt die Beleiter zu nicht das ist das Städtchen vor allem in der Kammer mehr Augen aber es ist Schau ich schaue was zu machen aber auch nicht schön Taster sie ist immer so weit die Spiegelung Kampfsorgan konzentrieren nach der Fälle der ist der Sportliche die ja der jüdiger jetzt aber und es wird auch jemand aussteigen sehr schön und wir sind pünktlich sehr schön drei Faktoren die super zusammen passen zwei Faktoren jetzt kommt der nächste Abschlepper das habe ich schon wieder vor mir ist super herzlichen Glückwunsch wirklich also desgleiche das ist der erste mal richtig eilig die jungen das heißt jetzt bei ihm los der fährt da einfach aus der Straße raus ohne zu gucken haben zu beschützen sich nach unten das ist so die so kommt bitte zu die jetzt ich steigst Dritter die Spinn des Weltkriegs das ist vielleicht nicht geben die für euch jemand einsteigen Schüttel halten und zu pünktlichkeit das gefällt wobei ich sagen muss in die andere Richtung ich irgendwie bei zwölf Minuten zu spät mit die Richtung bin ich irgendwie immer pünktlich als ich weiß nicht was der Unterschied ist aber ja ich denke es doch ganz schön wenn wenn wir künktlich sind und nicht zwölf Minuten zu spät sind Hi! Ich benötige ein Ticket Kann ich das mit meinem Handy bezahlen? Ja! Ich finde es so cool dass man das mit dem Handy bezahlen kann aber ich frage mich wie geht denn sowas also wie funktioniert das hier mit dem Drucker dass der dass das irgendwie das Handy erkennt also generell auch mit der Karte und so ich glaube bei mir geht es nicht es gibt zwar so eine App die heißt Fertiku da da kann man das die kennen bestimmt alles schon von euch ich glaube ich brauche es gar nicht zu erklären aber ich muss trotzdem da tut man halt so sein Tickets also wenn mein Bus oder den Straßenbahn einsteigt tut man halt sein tut man halt bei dieser App auf Start drücken und dann zählt es praktisch die Zeit auf also misst halt die Zeit und wo du halt grad bist und wenn du dann praktisch den Bus wieder verlässt drückst du halt auf Stop Moin und dann ich benötige ein Ticket und dann ja je nachdem ob du halt am Tag dann mit dem Bus fährst oder so berechne dir das halt dann günstig zum Preis und zieh das dann von deinem Konto ab also ich habe es zwar noch nicht selber genutzt weil ich habe ich meinen Prozent Jahresabot deswegen brauche ich das nicht die App zurecht aber ich denke es ist sicher die Möglichkeit ich finde es nicht ganz gut müsste man mal so zum Spaß ausprobieren aber hat er hat vielleicht noch ein bisschen Zeit wenn irgendwann mal wenn ich irgendwann mal reich durch YouTube bin und ich mir das da so eine Kurzstrecke für 1,40 mir dann leisten kann ne also ja das ist ja kein IFA hier wirklich ha seht ihr schon was da kommt da kommt wieder unsere Farbseuche ach hier sind nur 30 4 4 54 4 kein Unterschied es heißt Bremsverhalten von dem Bus ist auch irgendwie total merkwürdig ich komme hier vor wie es sind die Autos gepasst wenn es bleibt es ist vielleicht nicht so was erfüllt weil am Ende schaut es vielleicht einer von den doch ist hat das ist das geht an einsteigen so ich denke jetzt ist es auch egal ob er jetzt zu früh sind weil ich denke bei den letzten drei Stellen steigt es an die Leute ein nach der Füße für der Lasterfilter auch gleich um jetzt nochmals zu stellen die eine Ampel noch und dann hoffe ich einfach dass wir pünktlich dann ankommen jetzt fährt die andere Straßenseite erst also die andere Kreuzungsseite so weil er geht heilig hat ja 3 zu werden Fahrt ich bin ja es ist schön 3 und jetzt kommen die pünktlich 8 die Fährte nicht mehr das Schande die feste Bremse rein da wohl noch Leute einsteigen bis zu den an und ist die vorletzte alte Städte steigen das so viele Leute sind normal die jetzt nicht war Moin. Moin. Ich bin nicht gern hier. Wir wollen noch Fahrtarten. Damit ist er ja gar nicht mehr auf an Leuten, die hier reinkommen hat. So, na. Jetzt haben wir es also doch nicht ganz geschafft, pünktlich zu sein. Ja, passiert. Passiert, passiert. Wie… … … … … … und so haben es es kann die Städte die Städte Straße das ist sind dazu dass man die nette umfahren gut aus jetzt haben wir tatsächlich zwei minuten verspätung ganz toll haben wir das jetzt gemacht aber wir müssen wir müssen ja noch jetzt einmal hier praktisch im kreis fahren ja wir machen weiter wir fahren jetzt einmal noch mal hier so außenrum und wieder zu unserer starthaltestelle genau hier ist aber jetzt gleich schon wieder losfahren aber ich will mal sagen damit war's das ja wir sind aber erfolgreich die neue variante der g200 abgefahren und dann bedanke ich mich fürs zuschauen wird euch noch einen schönen tag und dann sehen wir uns beim nächsten mal tschüss